können, dass wenn es sie gibt, dann sind sie uns überlegen. Sonst gäbe es sie nicht. Aber vielleicht sind sie uns so sehr überlegen, dass wir sie nicht interessieren. Also wenn sie uns angreifen, überfallen und ausbeuten wollten, dann werden sie uns nicht so sehr überlegen. Dann wären sie noch ziemlich ähnlich wie wir. Und ich glaube, dass wenn es sie gibt, dann sind sie noch auf einem ganz anderen Niveau anders, als wir uns das vorstellen können. Okay, vielen Dank, Frau Hüttemeister, bis hierhin. Ja, meine Damen und Herren, wir suchen, wir suchen die ganze Zeit nach Leben im All. Aber nicht nur das, wir selber senden auch Botschaften. Vor 35 Jahren haben wir, wir haben es vorhin schon mal gehört, zwei Sonden losgeschickt, Voyager 1 und Voyager 2. Und was aus denen geworden ist, das sehen wir jetzt. Am 5. September 1977 beginnt eine der größten Erfolgsgeschichten der NASA, die Reise der Voyager. Die Voyager. Ihre Mission, die Erforschung der Planeten und Monde in unserem Sonnensystem. Die Voyager trägt elf Messinstrumente mit einem Gewicht von über 100 Kilogramm mit sich. Plutonium-Batterien versorgen die Kameras, Teilchendetektoren und andere Instrumente mit Energie. Über eine Parabolantenne funkt sie die gesammelten Daten an die Erde zurück. Die Voyager entdeckt auf ihrer Reise neue Monde und einen kleinen Planetenring um den Jupiter. Sie dokumentiert schwere Gewitter in der Jupiter-Atmosphäre. Auf den Bildern vom Saturn erkennt man erstmals, dass ein Ring aus vielen einzelnen Ringen besteht. Seit 1998 ist die Voyager das am weitesten von der Erde entfernte, von Menschenhand gebaute Objekt. Und ihre Reise geht weiter. Im Gepäck trägt die Voyager eine Botschaft an intelligente Lebensformen im Weltall. Gepresst auf eine goldene Schallplatte. Ausgestattet mit Bedienungsanleitung und Absender enthält diese Platte Informationen über das Leben auf der Erde. Alles nur streng schematische Darstellungen von Fortpflanzung, Tierwelt oder Nahrungsaufnahme. Abbildungen von nackten Menschen wurden zensiert. Das wohlgesittete Leben, wie es die Amerikaner 1977 sahen. Welches Bild wohl werden fremde Lebewesen dadurch von uns erhalten? Neben Bildern enthält die Schallplatte auch Musikstücke sowie Begrüßungsworte in allen Sprachen der Welt. Herzliche Grüße an alle. Die Voyager hat auf ihrer Reise viele Informationen über unsere Galaxie gesammelt. Jetzt tritt sie aus dem Sonnensystem aus und nimmt ihre Botschaft von der Menschheit mit hinaus in die Unendlichkeit. Ja, Voyager im Grenzbereich unseres Sonnensystems. Und das, was Sie da über mir sehen, meine Damen und Herren, das ist die Oberfläche des Mars. Und der Mars ist in der Tat das nächste Ziel der Menschen. Da soll es in circa 20 bis 30 Jahren eine erste bemannte Expedition tatsächlich hingeben. Sechs bis acht Monate circa nach dem Stand der Technik. Jetzt würde so eine Reise dauern. Die Vorbereitungen dazu aber, die laufen schon jetzt. Auf dem Mond waren wir schon. Im All hat der Mensch eine ständige Präsenz. Was ist der nächste Schritt? Moskau, 3. Juni 2010. Drei Russen, ein Chinese und zwei Europäer lassen sich in einen Container einsperren. Für 520 Tage. Big Brother für die Wissenschaft? Nein. Ein Experiment für eine der größten Herausforderungen der Raumfahrt. Die Reise zum Mars. Die russische und europäische Weltraumagentur wollen in diesem Container das Zusammenleben von Menschen untersuchen, wenn sie zusammengepfercht wie in einem Raumschiff einen Flug zum Mars simulieren. Wie gehen die Teilnehmer mit dem Stress um? Mediziner und Psychologen überwachen die Crew rund um die Uhr und die Teilnehmer filmen sich zusätzlich auch selbst bei Übungen von Weltraummanövern und den täglichen medizinischen Tests und Trainingsprogrammen. Jede kleinste körperliche Reaktion auf die Extremsituation soll erforscht werden. Gehirnströme, Kreislaufdaten, Stresshormone im Blut. Der Stressfaktor Nummer 1, zusammenleben auf engstem Raum mit immer den gleichen Personen. Emotionale Unruhe und Reizbarkeit können Reaktionen auf diese Stressfaktoren sein. Und besonders entscheidend, die Motivation und die Energie können abnehmen. Das kann eine Mission ernsthaft gefährden. Die Teilnehmer der Container-WG müssen fast eineinhalb Jahre im buchstäblich hautnahen Kontakt miteinander aushalten. Ohne dramatischen Streit und Konflikte. Immerhin werden sie nicht alleingelassen. Psychologen werten nicht nur die täglichen Videoaufnahmen aus, sie können per E-Mail auch Unterstützung und Tipps anbieten. Das Hauptziel der Psychologen ist also, das psychische Befinden der Crewmitglieder zu überwachen und Konflikte auszumachen, bevor sie kritisch werden. Doch das ist offenbar nicht so einfach. Vor diesem Langzeitversuch hat der deutsche Oliver Knickel an einem 105-tägigen Vorversuch teilgenommen. Es ist ein bisschen wie, wirklich wie in der Ehe, dass man kennt sich einfach so gut. Man kennt die Schwächen, über die man vielleicht beim anderen Anfang so noch gelächelt hat und gesagt, das ist ja doch irgendwie, das ist ja ein Mensch, der macht auch mal einen Fehler. Das ist so beim dritten, vierten, fünften, fünfunddreißigsten, fünfundsiebzigsten Mal, kann einem da einfach der Kragen platzen. Bei diesem Vorversuch gab es bei einigen Teilnehmern Unzufriedenheit mit den verordneten Essensrationen. Das führte zu Stress. Trotz der psychologischen Betreuung kam es zeitweise zu Reibereien. Andere Teilnehmer zogen sich zurück. Alle spürten, dass die Spannungen doch schon sehr stark waren. Also dass ein, zwei Crewmitglieder wirklich nicht mehr miteinander zusammenarbeiten konnten. Dass ja fast keine Konversation mehr miteinander möglich war. Am Ende verließen aber die sechs Teilnehmer den 105-tägigen Vorversuch als Freunde. Krise überwunden, Experiment geglückt. Die neue Mission dauert aber fünfmal länger als der Vorversuch. Individuelle Essensvorlieben werden nun ein wenig stärker berücksichtigt. Und auf das Containerleben wurden die Teilnehmer noch gründlicher vorbereitet. Wir haben mit ihnen trainiert, wie sie mit Konflikten umgehen können. Wie sie Durchhänger überwinden können. Sie kennen also wichtige Verhaltensstrategien, die sie während der 520 Tage dauernden Isolation anwenden können. Die Teilnehmer simulieren sogar eine Marslandung. Doch eines können sie nicht simulieren. Den Stress durch die ständige Gefahr im echten Weltraum. Der wesentliche Unterschied, denke ich, bei einer realen Mission ist, dass man einfach nicht weiß, ob man Leben wiederkommt. Dass eben der kleinste Fehler dazu führen kann, dass man in Anführungsstrichen das Schiff verliert. Und ein Schiff verliert, bedeutet bei einer bemannten Mission, in der Regel, besonders bei so einer langen bemannten Mission, bedeutet das Halbtot der Besatzung. Die Ergebnisse aus dem Isolationscontainer sind in der Wissenschaft umstritten. Es fehlt die schwere Losigkeit und im Gegensatz zu einer echten Mission hätten die Forscher diesem Versuch auch am Point of no return jederzeit abbrechen können. So kann lediglich der zwischenmenschliche Stress einen kleinen Ausblick geben, was die Reisenden auf dem Weg zum Mars erwartet. Wie utopisch ist eine Reise zum Mars? Der Flug würde alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. 250 Tage, 55 Millionen Kilometer. Etwa die 150-fache Entfernung der Erde zum Mond. Aber vor 50 Jahren hielten die Menschen eine Mondlandung auch für eine Utopie. Mitte der 2030er Jahre werden wir Menschen in den Mars-Orbit schicken können und sie sicher wieder zurückholen. Insgesamt 520 Tage wären die Astronauten unterwegs. Fast eineinhalb Jahre. Gegen Ende würden selbst Funksignale etwa 20 Minuten benötigen. Eine halbe Ewigkeit. Die Landung auf dem Mars wird folgen und ich werde zusehen. Überstehen die Astronauten die Landung auf dem roten Planeten, gibt es eine Menge Arbeit für sie. Das Terrain sondieren, Proben nehmen, den Mars mit eigenen Augen sehen. Für eine längere Begutachtung reicht aber die Zeit nicht. Die erste Mission wäre nur die Vorhut. Eine Mission, die sich auf alle vorhergehenden unbemannten Missionen verlassen muss. Auf die Forschungsergebnisse über Bodenbeschaffenheit, Strahlungswerte, Temperaturen. So haben zwar insgesamt 20 Missionen erfolgreich Daten vom Nachbarn gesendet. Doch wie sieht die Mars-Wirklichkeit aus? Wenn ich das alles zusammennehme, bin ich eben fest davon überzeugt, dass es durchaus in einem Zeitraum 30 Jahre vielleicht möglich wäre, solch eine bemannte Mission durchzuführen. Man muss es natürlich wollen und man muss sich darüber im Klaren sein, es wird so oder so nie die 100-prozentige Erfolgsgarantie geben. Die Entdeckung und die Erkundung von Neuen, von Unbekannten ist eben mit Risiken verbunden. Und das ist eine Erfahrung der menschlichen Entwicklung. Das wird bei der Raumfahrt nicht anders sein. So ist die nächste große Mission der bemannten Raumfahrt sicher die riskanteste? Aber auch die teuerste Reise der Menschheit. Sei der Nutzen auch dahingestellt. Die Faszination wird immer da sein.